Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Ufo 361 Big Drip. Im November 2019 erschien das Kollabo-Album Lights Out von Ufo gemeinsam mit dem türkischen Rapper SL. Zwei Monate später kommt der Berliner nun mit einer neuen Single, für die er das nächste Rap-Schwergewicht gewinnen konnte, Future aus den USA. Big Drip beinhaltet den regulären Song, das Instrumental sowie einen Remix. Die Single kommt über Stay High und erscheint als Bundle. SDK Blueberry Boys. Nachdem das Album mehrfach verschoben wurde, veröffentlichte SDK im November die Blueberry Boys Pre-EP. Jetzt ist es endlich an der Zeit für sein zweites Solo-Album. Blueberry Boys kommt mit 13 Tracks. Features kommen unter anderem von Sido, Alex und Maxwell. Das Album kommt über Goldzweig Berlin und erscheint als CD und auch als Box. Katja Krasavice. Boss Bitch. Es gibt wenige Personen auf YouTube, die im deutschsprachigen Raum so stark polarisieren wie Katja Krasavice. Im November 2017 veröffentlichte sie ihren allerersten Song Doggy. Nach etwas mehr als zwei Jahren kommt nun ihr Debüt-Album. Boss Bitch beinhaltet 14 Tracks und keinerlei Features. Das Release kommt über Warner Music und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.